Der Europäische Gerichtshof hat jetzt entschieden, dass Deutschland keine Migranten mehr zurückweisen darf. Das ist wirklich ein echt krasses Urteil und damit können wir unsere eigenen Grenzen nicht mehr schützen. Alle Details in diesem Video, los geht's! Ganz Europa hat ja mit einer neuen extrem starken Flüchtlingsfälle zu kämpfen und der italienische Küstenstadt Lampedusa ist bereits vollkommen überrannt. Und wenn man den öffentlichen Sendern glauben mag, dann sind das natürlich nur Frauen und Kinder und dafür bedient sich der NDR einer echt schäbigen Foto-Manipulation. Auf dem Instagram-Account vom NDR wurde nämlich dieses Foto geteilt von der aktuellen Flüchtlingssituation in Lampedusa. Tja, und da sieht man nur Frauen und Kinder. Und hier siehst du jetzt das Originalfoto mit den ganzen Männern im Hintergrund, die einfach aus dem Bild rausgeschnitten wurden, sodass der Eindruck entsteht, es kommen nur hilfsbedürftige Frauen und Kinder. Tja, das ist wirklich die allerschäbigste Arbeitsweise. Schämt euch was vom NDR, alle die bei sowas immer mitwirken. Aber das Hauptproblem in Lampedusa ist ja, dass gerade jeden Tag Tausende von Flüchtlingen aus Nordafrika illegal nach Italien kommen und dann in die europäischen Staaten weiterreisen. Hauptsächlich nach Deutschland, weil wir natürlich das attraktivste Sozialsystem und auch die weichgespültesten Politiker haben. Frau Faeser, die weigert sich ja, die Grenzen dicht zu machen und die Linken wollen ja sowieso jeden aufnehmen, der bei uns ankommt. Und diesen linksgrünen Traum, den die haben, der könnte jetzt Wirklichkeit werden. Weil der Europäische Gerichtshof hat nämlich ein Hammerurteil entschieden, dass Deutschland jetzt keine Migranten mehr zurückweisen darf. Und damit wird wirklich jeglicher Grenzschutz komplett überflüssig gemacht, da man einfach keine illegalen Einreisen in Deutschland mehr stoppen dürft. Das ist wirklich krass. Das Nachrichtenportal Legal Tribune Online berichtet wie folgt. Zurückweisung an EU-Binnengrenze rechtswidrig. Zurückweisung von Drittstaatenangehörigen, also Flüchtlingen, an EU-Binnengrenzen sind regelmäßig rechtswidrig. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Urteil vom 21.09.2023, also vor drei Tagen, Aktenzeichen C 143 22 A DDE. Der Europäische Gerichtshof hat weiter klargestellt, dass an den Binnengrenzen andere Regeln gelten als an den EU-Außengrenzen, weil die Person, anders als an der Außengrenze, an der Grenzkontrollstelle, bereits beim Überschreiten der Grenzlinie als eingereist gilt. Für Deutschland und alle anderen Mitgliedstaaten bedeutet das, dass direkte Zurückweisungen an der Binnengrenze auch dann illegal sind, wenn die Personen kein Asylgesuch stellen. Boah, alter Schwede, das ist wirklich krass. Wenn also ein Flüchtling illegal nach Deutschland kommt, dann ist er laut diesem neuen Gerichtsurteil eben nicht mehr illegal bei uns, weil die Person schon als eingereist gilt. Das heißt also, alle Flüchtlinge, die die EU-Außengrenze einmal passiert haben, bekommen damit diesen Sonderstatus und wir dürfen sie an der deutschen Grenze nicht mehr aufhalten. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das ist aus meinen Augen eine massive Täter-Opfer-Umkehr. Die Flüchtlinge reisen illegal zum großen Teil bei uns ein und brechen unser Gesetz. Und jetzt werden sie plötzlich als Opfer dargestellt, welche man nicht mehr abweisen darf. Also das ist wirklich unglaublich. Und genau das ist jetzt auch der Grund, warum das italienische Lampedusa gerade so massiv von Flüchtlingen überrannt wird. Weil die Flüchtlinge konzentrieren sich jetzt nämlich auf diesen einen kleinen Punkt, um die dortige Polizei und die Behörden einfach massiv zu überfordern. Und genau das gelingt ihnen auch. Die Beamten sind extrem überfordert und können deswegen kaum noch die ganzen Flüchtlinge, die da ankommen, prüfen. Sie lassen einfach die ganzen Flüchtlinge rein, weil sie überrannt werden. Und wenn die Flüchtlinge einmal drin sind, dann gelten sie ja offiziell als eingereist und dürfen an keiner Grenze mehr aufgehalten werden. Das Ganze hat also ein System und ist offenbar gezielt geplant. Genau deswegen gab es jetzt ja auch diese Klage von den Asylanwälten vor dem Europäischen Gerichtshof. Aber passt auf, das Ganze wird sogar noch krasser. Die Zeitung schreibt, gegenüber eingereisten Drittstaatenangehörigen muss dann eine Rückkehrentscheidung, also eine Abschiebungsandrohung, mit Frist zur freiwilligen Ausreise ergehen, erklärt Dr. Konzin Ruschka vom Max-Planze-Institut in München. Die Personen dürfen an der Grenze nicht direkt ins Nachbarland zurückgeschickt werden. Also wir dürfen die Person deswegen nicht an unserer Grenze abweisen, weil wir erstmal eine Frist zur freiwilligen Ausreise setzen müssen. Boah, das ist doch lächerlich. Wie gehirnverbrannt ist das denn bitteschön? Warum sollte denn ein Flüchtling freiwillig wieder ausreisen wollen, wenn er vorher den ganzen weiten Weg auf sich genommen hat und illegal bei uns eingereist ist? Ich meine, diese Menschen sind doch nicht bei uns auf einer Rundreise, um sich ein paar Städte anzugucken, um ein paar Sehenswürdigkeiten abzuklappern und danach wieder freiwillig zurückzugehen. Diese Menschen sind entweder auf der Flucht vor politischer Verfolgung oder sie kommen, um in unser Sozialsystem einzuwandern. Die reisen nicht freiwillig wieder aus. Und dieses Urteil bedeutet jetzt einfach, dass wir unsere eigenen Grenzen nicht mehr schützen dürfen. Weil wenn die Grenzpolizei Flüchtlinge bei ihrer illegalen Einreise erwischt, dann darf sie diese Flüchtlinge nach dem neuen Gerichtsurteil nicht mehr abweisen. Man muss sie einreisen lassen. Das ist echt der Hammer. Und demnach ist diese ganze Debatte um nationalen Grenzschutz, die wir bei uns führen, vollkommen nichtig. Wir dürfen es einfach nicht. Und demnach bleibt jetzt der einzige Weg, den wir nehmen können, der Schutz unserer EU-Außengrenze. Also das, was ja viele Politiker von uns immer fordern, aber offensichtlich nicht mal ansatzweise hinbekommen. Genau das müssen wir aber machen. Und Italiens Ministerpräsident Meloni, die fordert ja sogar eine Seeblockade von dem ganzen Seeroute, notfalls auch mit Kriegsschiffen, um den ganzen illegalen Flüchtlingen einfach den Seeweg zu blockieren. Und ich frage mich, ja, warum machen wir das Ganze nicht? Warum schickt nicht die ganze EU alle ihre Schiffe, um nur eine Seeblockade zu machen? Und natürlich kostet das Ganze viel Geld. Aber es wäre weitaus billiger als die ganzen Folgekosten, die wir jetzt haben, wenn die illegalen Flüchtlinge mal bei uns sind. Wie gesagt, aktuell haben wir 280.000 illegal bei uns lebende Flüchtlinge. Und wir schaffen es nicht, sie abzuschieben. Und trotzdem bekommen die ja Geld vom Staat 451 Euro pro Monat. Und 451 Euro pro Monat mal 280.000 ausreisepflichtigen Ausländer, die wir bei uns haben, sind 126 Millionen Euro pro Monat. Und 1,5 Milliarden pro Jahr. Und da sind Unterkunft, Krankenkasse, Integrationskursen noch gar nicht mit einberechnet. Also anstatt die vielen illegal bei uns eingereisten Flüchtlinge bei uns durchzufüttern, sollten wir sie lieber direkt an der EU-Außengrenze abschieben, aufhalten und die dafür benötigten Mittel zur Verfügung stellen. Wir sollten außerdem auch noch aufhören, solche Behinderten-Urteile vom Europäischen Gerichtshof zu akzeptieren. Das ist doch lächerlich, diese Täter-Opfer-Umkehr. Hier müssen wir dringend das Gesetz umkehren, ändern, dass sowas nicht mehr möglich ist. Kann doch nicht sein, dass wir die Täter jetzt als Opfer schützen. Das ist einfach eine massive Verhöhnung unseres Rechtsstaates und auch unseres Gerechtigkeitsempfinden. Und ich sage euch noch eins. Ich habe nämlich eine ganz große Angst. Wenn wir nämlich jetzt nichts unternehmen und die Situation immer schlimmer wird, dann wird sich das Volk irgendwann radikalisieren und dann wird es richtig knallen. Ich meine, es knallt ja bereits jetzt an vielen kleinen Stellen. Siehe allein die ganzen Vorfälle von letzter Woche in Lübeck, in Oldenburg, in Stuttgart und so weiter und so fort. Aber irgendwann ist so viel Frust in der Bevölkerung angestaut, dass sich das alles massiv entladen wird und dann wird es richtig hässlich. Und genau das müssen wir einfach vermeiden und deswegen müssen unsere Politiker das Problem jetzt sofort lösen und nicht nur immer irgendwelche Bierzeltreden halten. Weil reden können unsere Politiker viel. Die müssen endlich handeln und das Problem jetzt lösen.